Von unten kann es rein, habe ich gemeint. Toi, du weißt, dass ich das jetzt mache, ne? Reinfahren mit denen oder reinschwimmen nur? Was wird's? Was wollt ihr mit dem Viecher denn jetzt von mir, ey? Reinschwimmen, okay. Erstmal reparieren. Äh, pack das Ding mal hier. Wehe. Wehe. Wehe, wenn nicht. Was zur Hölle? Okay. Oh, hier geht trotzdem mal wieder raus. Das war ein bisschen knapp. Oh, nur ein bisschen. What the fuck. Das misst wieder rum, ey. Ja, fress mal die. Lass mich mal in Ruhe. Lass mich einfach mal in Ruhe. Okay. Ach ja. Das ist noch ein Elektrofil. Ja, ich weiß. Trotzdem habe ich keinen Bock auf das Vieh. Trotzdem habe ich echt keinen Bock gerade auf den. Lass mich mal in Ruhe. 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 Hh. Jemanden habe ich auch keine geholt, ich weiß. Die sind überall in den... In diesen Spalten bei der Thermal-Frame drinnen, ne? Wurde ich mal so vermuten. Ja, so unter Wasser ist das ziemlich cozy. Ähm, ja Hydra ist das auch passiert. Hydra ist gerade im Twitch-Chat aktiv. Hydra ist das auch passiert, der ist auch einfach durch meine Stimme so eingeschlafen. Stimmt, Hydra? Und durch seinen bequemen Stuhl, wie so eine Hängematte. Ja, Luxus pur. Ja, das meinte Monkey nämlich schon zu mir, dass meine Stimme so entspannt ist. Aber läuft bei euch bei, ne? Boah, es ist 0.10 Uhr, wie lange bist du noch live? Na, was machst du denn jetzt noch an? Musst du nicht morgens zur Schule oder so, Julian? Oder hast du Ferien? Boah, Monkey wird jetzt wach, Monkey taucht auf und jetzt kommt noch Julian. So, mal schauen, ob das jetzt besser ist. Was besser ist. Habe ich mich auch gefragt. Hä, gleiche Farbe? Ne, ich habe Ferien. Ach, du hast Ferien, okay. Welcome aboard, Captain. Du hast also Ferien, verstehe. Jetzt, hm. Na, wächst jetzt gerade ein bisschen die Farben, Monkey? Um zu gucken, was wir besser auseinander halten, oder wie? Äh, warte, mach nochmal das Licht von dem Ding aus. Etwas fehlt, Monkey. Okay. Was denkst du denn, wenn ich keine Ferien habe, darf ich nicht bis 20 Uhr den PC? Okay. Ach komm, ich nehme das Kackabraun. Ups, 21. Ich will jetzt keine Orleefarbe. Zum Werfen von Kügelchen, Monkey. Biss aber auch einer. Bauen wir uns mal eine bessere Kapazität. Warum nicht Bananen geht. Das brennt im Auge. Ist das so schlimm? 180. Sind das nicht 50 mehr als die andere jetzt nur? Die kann ich da bauen. Das Grün war schon grenzwertig. Äh, ja und beim Werfen will er nicht gestört werden. So geile Bananenfarbe. Naja, Justin. Das sieht echt nicht gut aus. Äh. Ich mach mal was. Water. Water. Ja, eher Urin-Gelb. Das stimmt. Da hast du recht, Monkey. Silber habe ich vergessen, Hydra. Silber habe ich vergessen. Ah. Warte mal. Silber war doch in den erkannten Aufschluss, ne? Irgendwie aber ich glaube, die Reichweite ist nicht. Oh, ich brauch das Ding im Visier endlich mal. Ah, dafür fehlt noch Magnetit. Äh. Ah, guck mal. Da ist das nächste Ding. Hallo, ich gehe wieder. Okay. Entschuldigung. Warte mal, warum schreibst du das auf Twitch? Äh, auf Youtube meine ich. Warte mal. Warte mal, warte mal. Ach, das Ding braucht ja noch ne Batterie. Das Ding braucht ja wieder ne Batterie. Warte mal, wie ist das Ding eigentlich zu benutzen, Hydra? Na ja, ich guck mal was anderes. Aber so erstmal. Am Anfang schon. Ja gut, wenn man was findet, ne? Was haben wir hier wieder? Bist du mich verarschen, um das Vieh? Drecksding, ey. Äh. Ich muss noch was dringend. Am Anfang also schon. Toi. Also, ich wollte schon sagen, ich drück mal falsche Taste, aber... Jetzt hab ich falsche Taste gedrückt. Wieder alles komplett durcheinander gewürfelt. Ich liebe es, ja. Hm. Ähm. 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 Machen wir erstmal so. Ich weiß auch nur was anderes machen. Müsst du ein Futtern herstellen, weil wir genug Salz gesammelt haben eben. Und ich wundere nicht, ich hab dafür so ein Reichweitenmodul. Beziehungsweise Reichweitenmod, dass er halt aus den naheliegenden Kisten in 100 Metern nimmt. Finde ich ein bisschen einfacher. Mö. 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 Oh Gott, ey. Diese Geräusche. Schwere kann was an. So... ist okay dass man nicht mehr auf einmal was ist okay dass man nicht mehr auf einmal machen kann ist nervig ja das ist wirklich ein bisschen nervig dass man nicht so viel auf einmal machen kann ich will die fische gerade gar nicht haben ich will lieber die blasen fisch haben ja das ist halt ein bisschen nervig dass man wirklich nicht so viele machen kann also hab dich mit dem blasen fisch muss man anfangen so viele fangen das weit rechtlich wasser ist ich habe vorhin festgestellt dass meine ssd mit mal die bibliothek kaputt ist wird zwar noch angezeigt alles aber man kann nichts lesen oder schreiben auf der ssd okay das ist auch nicht so schön das ist auch nicht so schön ich habe keinen ersatz da und das ist noch schlimmer weil man besonders dann keinen ersatz da hat ja ja erst mal leer machen das ding ist für batterien willkommen aboord kaptain willkommen aboord kaptain wenn damit wird die falsche richtung eben gedreht ach da habe ich es dringend gepackt machen wir mal so ups bin ich nicht gegen gefahren nein sowas würde ich nie machen nie im leben warte mal ich baue ich ja selber jetzt ne das wollte ich gerade machen war falsch liegt aufgedrückt ich wollte das ding einfach mal schocken eben weil die fischer nerven daher nächsten monat wieder nur vier tage in der woche essen ok prioritäten setzen also das ist immer naja was ist das hier naja das war nur das noch mehr Blei massenweise Blei da war Kupfer drin machen wir da auch immer oder zumindest Kupfer und Titan naja habe ich gerade noch ein bisschen was da deswegen sind wir eigentlich jetzt schon wieder auf der Karte ok das wusste ja auch gar nicht dass er das anzeigt oder ist er standardmäßig drin wie dran weißt du das zufällig was nochmal Salz oder wo oder wie hieß das wie war es ich war abgelenkt das hier das das scanberich angezeigt wird auf der Karte ich verwechsel die hier ist mal ne ist es mir neu oder ich habe es nie benutzt ich bin auch der Meinung gerade standardmäßig nicht drin sondern nur durch eine Watt oder das kam später dazu hä wie ist der denn gerade eingestiegen bitte hä ähm ich glaube ich hänge da jetzt irgendwie fest ich komme da nicht weg woher geht eigentlich zwei terabyte M2 für hundert aber ja das stimmt ich kann jetzt gerade längst mal machen ich kann mich auch nicht lösen das Problem ist ich weiß nicht wann ich zuletzt gespeichert habe hast du die Station Omega schon auf der Karte markiert nö naja solange ich hier dran hänge kann ich gerade nichts machen ach ich glaube ich habe bei dem Monster zu das ich habe ja schon probiert aus dem Stand geht ja gerade gar nichts kann gar nichts machen und dort würdest du Wasser für das System finden okay ach jetzt kann ich speichern oder was von außen schieben oder kannst du ich konnte gar nichts machen sagte ich doch gerade schon hat sich da reingepackt eben mein Fahrzeug ich hoffe mal dass ich jetzt nicht immer noch drin hänge okay aus irgendeinem Grund schwimme ich hier bin ich schon wieder drin rum jetzt bin ich froh dass ich speichern konnte und das dann wieder normal wurde Junge ey ich hasse sowas manchmal wenn sowas passiert amika auf der Karte markiert äh wir können es nicht von innen eines Fahrzugs einsteigen ja wie war das Zeichen von amika nochmal ich habe zwar vergessen achso das ist das okay also so wie das Zeichen bei God of War das hier ja ich weiß habe schon gegoogelt eben danach aber wo sollen das ist das hier ein Bereich wieder was ah ne bei Omik ist da eine Station hier war diese Station drauf ne ist da eine geflutete warte mal das ist dann hier eigentlich in dem Bereich hier oben ist das hier ist das und hier ist irgendwo Omega Station ich muss doch so erstmal selber sammeln Silber Titan natürlich mhm also ich dachte das wäre wieder irgendwas das sah eben so aus Silber kann ja nicht Silber drin sein anstatt Titan Kalkstein ich bin froh wenn man wenn ich den Scanner endlich erweitern kann und dann halt auch meinen Helm so drin hab dass ich sehe wo was ist obwohl ich glaube das geht mit den mit dem Teil was man sich hinten ranhängen kann dann auch später ne so ne barbare Station mit dem Scanner hat oder Hydra ja oder Zug okay dachte ich mir nämlich halt schon zumindest wenn ich die Ressourcen hätte könnte ich das bauen habe ich nun nicht aber ist schon besser wenn das nicht so schnell weg geht der Sauerstoff oh gut die Batterie ist auch gleich schon wieder leer und ich glaube ich habe mit der Seemotte einen Fehler gemacht es gibt ein anderes neues Fahrzeug okay hier ist auch so eins ist hier denn auch noch so eins warum sieht er das denn jetzt und vorher nicht ach vielleicht wahrscheinlich weil wir in der Nähe waren dann gibt es die Seemotte noch nicht ist das nur das Ding was wir hier gerade fahren oder was boah die Wege da mal rein zu finden ist auch so mies die Wege da rein zu finden ist auch so richtig gemein ich hoffe dass man den anderen Eingang nutzt ja wieder den ich da ja gefunden hatte der war hier erstmal Rainer mit Rainer mit sagt der Rainer 后面 und dann und dann und dann die 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 immer so sicherheitshalber ich hasse die dreckst du weg die sind so nervig ja Passing 200m Oxygen efficiency greatly decreased oh hi It is both reassuring and unsettling to rediscover this site after being in storage for so long my connection to the network grows stronger however slightly I hope you will continue to search for more of these Bauer artifact obelisk verstehe also war das eigentlich gar nicht so tief aber wir konnten hier nicht wirklich runter und ich weiß mein Sauerstoff zum glück gibt es diese dinge hier noch warning 30 seconds of oxygen remaining ich habe nachgeguckt leider nein den Schneefuchs und Krebs gibt es noch Zyklop bin ich auch nicht mehr sicher ja ja Zyklop glaube ich auch nicht mehr Schneefuchs habe ich ja schon gefunden wo ich bei der in der Basis war und beziehungsweise nur ein Teil davon Krebs auch nur ein Teil ich habe halt so einiges da gefunden warning passing 100 meters oxygen efficiency decreased als ich sie genehmig gesucht habe laserschneider hatten wir natürlich schon Junge 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 das kann aber auch ein Lehrgarten drin sein oder Was sind das? Ich will dich doch nur scannen. Hab dich. Ich hab ja nur gesagt, ich will dich ja nur scannen. Oh. Hab ein Ei gefunden. Hab ein Ei gefunden. Und weder Hydro oder Monkey ist das aus der Hose gefallen. Das können wir streiten, nur von wem. Ein Seekobold-Ei. Einfach mal mitnehmen. Nein. Nein, ich höre euch. Bleib da, wo der Pfeffer wächst, du Mistvieh. Ich dachte, ich verknall's mir. Oh ja, ich nicht. Okay. 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 Die sind auch neu. Zumindest habe ich die noch nicht gesehen gehabt. Aber wie das sonst wo rausgekommen war. Na gut. Ich gehe jetzt mal wieder nach Hause. Was bist du denn? Wie? Dass ich außerdem getötet habe. Außerdem reingefahren. Pinakaris. Okay. Ein Pinakaris. Gleich wieder zurück. Okay. Warte mal. Dann kann ich das auch ausmachen wieder. Dann brauchen wir das nicht. Da wir das ja gerade schon gefunden haben. Das ist ja wirklich schon eins. Ich fasse es ja nicht. Ja. Ja. So. so haben noch genug platz ist gut beziehungsweise genug stärke dann gerade die frage also wieder da wb vp one more mhm